An welchem Bundesliga-Star Eintracht Frankfurt dran ist, wie die Chancen auf eine Verpflichtung stehen und wie interessiert die SGE wirklich ist, das und mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Die Vorbereitungen von Markus Kröscher für die neue Saison sind im vollen Gange. Darunter zählt natürlich auch die Kaderplanung. Wenn man jetzt jemanden fragen würde, der sich mit Eintracht Frankfurt auskennt, wo noch die größte Baustelle der SGE wäre, dann würde die Antwort ganz klar die Innenverteidigung sein. Ich habe euch gefragt und 76% sehen das genau so. Mit Wilhelm Pacho hat der Eintracht schon einen Innenverteidiger verpflichtet, doch man geht stark davon aus, dass Pacho der direkte Indikernachfolger werden soll und deswegen personell sich nicht viel ändert. Die Eintracht verpflichtete im letzten Sommer ja schon Rovi Smolcic und Jérôme Onguene. Mit der Entwicklung von Smolcic kann man ja durchaus zufrieden sein, doch von Onguene hat man sich auf jeden Fall mehr erhofft. Deswegen wurde er auch im Winter zurück nach Salzburg verliehen. Doch Markus Kröscher ist sich durchaus über die Baustellen des SGE Kaders bewusst. Demnach schaut er sich auf dem Transfermarkt um. Dabei ist er auf einen Spieler vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart gestoßen. Die Rede ist von Konstantinos Mafropanos, der ein richtiger Rückhalt für den VfB ist. Bei dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart überzeugte er auf voller Linie und das ist kein Einzelfall. Schon die ganze Saison über bringt er Top-Leistungen. Er hat zwar nur einen Notendurchschnitt von 3,38, doch das liegt vor allem an der generell schwachen Leistung der Schwaben in dieser Saison. Mafropanos spielte in 22 der 25 Partien und mit 25 Jahren hat er das beste Fußballeralter noch vor sich. Mit seinen 1,94 Meter ist er sehr kopfballstark und robust. Aber für seine Größe und seinen Körperbau hat er auch eine sehr hohe Sprintgeschwindigkeit. Der Vertrag von Mafropanos geht noch bis 2025 und er hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Auf diese Summe besteht der VfB momentan auch noch. Natürlich würde die SGE aber niemals 15 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen. Denn mit William Pacho haben sie schon einen relativ teuren Spieler eingekauft. Doch das Finanzielle könnte im Sommer ganz anders aussehen. Berichten von Bild und Sport 1 zufolge soll Mafropanos richtig heiß auf einem Platz in der Mannschaft der SGE sein. Das spielt Markus Krösche natürlich in die Karten. Außerdem könnte der VfB diese Saison in die zweite Bundesliga absteigen. Und in diesem Fall kann die SGE den Preis von Mafropanos stark drücken. Doch auch bei einem Klassenerhalt ist ein Transfer gut möglich. Mafropanos möchte nächste Saison unbedingt international spielen und voraussichtlich wird die Eintracht das auch hinbekommen. Berichten zufolge hat Inter Mailand im Winter schon ein Angebot im niedrigen zweistelligen Bereich abgegeben. Doch es wurde sofort abgelehnt. Wenn sich die Möglichkeit für die SGE ergeben würde, Mafropanos für eine Ablöse unter 10 Millionen Euro zu verpflichten, dann sollte die Eintracht sofort zuschlagen. Was glaubt ihr, wäre ein Transfer bei dieser Ablösesumme sinnvoll? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hier rechts findest du noch ein Video über einen möglichen Transfer eines talentierten Brasilianers zur SGE. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020